und uns töten oder bei mir ist es nicht Töte mal die Bulli-Monts während ich die Haufen durchsuche Töte er wird die Jahr könnten sie noch Töte er wird in der Fall und das kann er erst eine Krieg da auch Männer wer darf feuer alt heißt so was wir haben unser auto verloren ja ich will das scheiß geschützt warum nicht das geil das ist mein geschützt ja ich weiß da hinten ist noch ein bullion haufen naja drachen schaut sich ganz normal üblich herrn ihr müll oh warte mal was sind da da ist gerade irgendwas gespawnt ich doch da war doch gerade noch was wer weiß ausgewachsener poli morgen wo ist noch wo kann man denn noch so lassen wir schnell schauen dort ist ein die gebiet auch egal soll wir müssen ja okay wir haben genügend poli morgens schon tot so jetzt hier müssten welche noch sein oh oh ich könnte hier hilfe gebrauchen mal wir sind auf dem weg perfekt gesprungen wird nicht durchsuche jetzt wird mal aufgeräumt hier ja das heißt plötzlich wieder zu werden wieder zu äh kaputt schießen wie der nagel zersplash so bomben wir müssen benutzen diese haufen um ihren umrat loszuwerden das ist es ich nenne sie prima wie es da ich bespricht es mit meinem verlieger jagd in der zwischenzeit ein paar prima wie es damit kann auch ja mal sehen wie der name für dich funktioniert ein prima wie es mit einer granate wo ist ein poli morgens das haben wir ja jetzt haben sie alle getötet aber hier irgendwo mussten sie schon wieder ein kleiner stechner kaktus steht mit dem namen balkon da ist aber ein ausgewachsenes prima wie es heißt nämlich auch prima wie es jetzt mal hier weg äh ein kiddie-schild so ich hab's grad geschafft warte, granate, warte, 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 nicht, nicht wie es mit fanzi-viecher pf als die hinter fanzi-viecher sind ich hier gesehen habe und ich hab's nicht mehr an fliegt hier jetzt was macht ihr denn eigentlich wir machen hier gerade die Mission wir machen hier gerade die Mission wir machen hier gerade die Mission schieß vor äh hä wie und was soll das wie soll man das bitte schon machen ach du scheiße Drachen schieß mit Projektiv gehen gehen ja ne das schützt mich mal schnell ich schau mal schnell ähm sagt 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 keine Ahnung ja das ist so möglich hm wie ging das jetzt nochmal oder vorne kommt irgendein Flammer 2 ne das war eine 6er Schild auf die Waffenkist kannst dich ja überhaupt nicht mehr verlassen ja nein das ist ja schwerer als Tetris hm da 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 ich treff sie nicht ich treff diese Dinger nicht ja yes ne ultimative ich hab ne ulti ich hätte ne ultimative scharfschützen gewerb gefunden haha so jetzt setz ich aber blöderweise fest schieß auf ihr in etwas bin dabei auf die scheiß Axt oder wie die heißen Axt 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 alles ist gleiche könnt ihr vielleicht ne ihr seid ja aber zu zweit das Problem was können wir ihr könnt mich aber mitnehmen vorne dran ich bin unten in diesem in diesem Tal soll einfach runterkommen ja ich möchte noch von der Klippe springen und warum habe ich gerade ich habe gerade nur 13 oder nimm hier ein Schieb und ach ja da müsste eigentlich mein zweiter runter ich möchte jetzt gerne mal runter springen aufsitzen hopp er kommt doch er spricht doch gar runter so ja wie soll man die mission erledigen wenn wir das einfach nur so geflapet aber ich ich habe es aber schon mal geschafft das weiß ich nämlich aber ich weiß gar nicht soll man das vielleicht mit scharfschützen gewehren erledigen wenn man soll diese projektieren projektile ab also die die steile diese werfen soll man abschießen hätte es jemand mal gesagt warum töten wir eigentlich die jetzt gerade Typen weil ich das jetzt gerade nur so vermute ich weiß das nicht das könnte das könnte wirklich warte mal ja ja jetzt meine ich töte denn ok oh das klappt wer schießt denn jetzt schon wieder auf die ich nicht boah kann ja auch rein theoretisch passieren dass man mal tritt nein das ist es aber auch nicht doch das ist es genau so wie du gesagt hast warte am besten noch mit der shotgun oder scheiße töte doch ja jetzt genau ja was ja wir ja ja was jetzt können wir es wenigstens mit einem mit einem schuss alter ich komme doch nicht dran so zack auch mal zurück ich kann super Autos fahren wir mehr steig mal aus nein wo ich lerne das noch ja du musst mit der Laute du musst mit der Maus lenken ja yes ich hab's geschafft wie ey ich hab's geschafft einerseits andere ich bin es leid mir dauernden Namen auszudenken hol mich doch der Teufel weißt du was Stinderfurtz genau wie Stinderfurtz leg ein paar von ihnen um oder mach was du willst es ist egal wie machen wir nochmal Nitro F F wir fahren zu dritt auf dem Gleitfahrzeug naja auf ist was anderes warte mal wir müssen wir müssen in einem anderen Gebiet weil wir wir sind in wir müssen in ein neues Gebiet weil wir haben keine äh wie ich sag mal wohl die Moms mehr wir haben sie alle getötet hier sind Stinderfurtz wirklich ey ey jetzt geht die Zümpfe einfach weg hab einen hab einen ich hab auch schon einer noch einer glaub ich ja drei drachen hinter dir hinter dir hinter dir so mein Verleger sagt ich kann sie nicht Stinderfurtz nennen ich glaube ich krieg die Gräser in der Fahrt vor mir komm wieder zurück gib Gas Wohin fahren wir jetzt eigentlich wie klingt ich da noch weg ja warte mal wohin wohin müssen wir jetzt eigentlich zum Firehawk ey hat die Verwaltung boah ja genau schleunert mich eben noch ganz weit weg so mir reicht das jetzt was ich lerne das bestimmt noch ja aber jetzt es wäre jetzt oh shit so dann kann ich auch mal grad nachgucken auf welche Tast ich das Nitro gelegt habe es ist nur standardmäßig F ja das weiß ich äh Fahrzeughupe es ist eigentlich von euch eine im Auto zur Zeit ja beide ja Moment ich komme Fahrzeugboost V ach das habe ich so als Skill ach egal ojo 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 ok ich bin eindeutig scheiße im Fahren ey was ist das wie kann ich denn das jetzt löschen da schmeißt du mich da äh dauernd raus hä mit wem sitze ich denn hier drinnen jetzt grade bleib oder bleib lass mich äh lass uns mal schnell tauschen du kannst es eh nicht doch ich krieg das hin rechts so da lauf ich jetzt lieber als statt dass ihr zwei immer euch da lauf ich jetzt lieber als statt dass ihr zwei immer euch jetzt fährt er auch noch gegen den Pfeiler da da zerschl- da zerschlägt's der nächste so ich häng hier ein bisschen ach oh geil ach oh geil wahrscheinlich wie viel was toll ist dass mir die Festplatte läuft oder sowas solange aber noch rot ist ist ja noch alles ok ja solange noch rot ist ja naja wir hören ja jetzt eh gleich auf wir hören ja jetzt eh immer noch auf oh ne ich meine war für scheiße gegen die Viecher gegen die Viecher ja ok ja das sind alles bei mir sind generell alles Viecher danke Ponto so lass mal noch bis nach Loot suchen so hier hier ihr habt schon gut aufgeräumt ja ist ja wohl ein die Aufgabe eines Kammerjägers ja gut ja und er stilet sich für alles so so und jetzt müssen wir noch Frostbound Canyon wo wir jetzt aber auch beenden werden weil ich das ist jetzt verdammt viel Material was wir haben was soll ich mir so aber für das kategorische Ende kommt jetzt noch eine Auszählung warte stehbleiben ja warum liegt das bei mir der Firehawk muss hier irgendwo sein sei auf der Hut außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk trotzdem wenn ihn jemand besiegen kann dann du so so okay also eine mene Miste es krabbelt in der Kiste eine mene Mech und du bist weg okay Drachen hat die Arschkarte zogen wir sehen wir sehen ein krasses Duell wer wird wohl gewinnen und damals ich hatte kein Leben das war jetzt ganz knapp ich möchte ach ne ich kämpfe immer gegen jeden okay ich raue dich heraus seltsam der Bloodshot Banditenclan scheint das Verstock des Firehawks anzugreifen vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen die sollten dich zum Firehawk führen oder du folgst einfach dem Schrein so damit verteidige ich meinen Titel als der Meister Held so der Meister am Sterbenhebel was der Meister am Sterbenhebel so und nachdem er es noch schärscht oh ein Klassenmord Kampf und Klassenmord ach so ganz ehrlich Halt dich raus Kamerjäger das ist ne Sache zwischen dem Bloodshot und dem Firehawk Soweit meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen und mit diesen das war ein bisschen überdeutlich und mit diesen Worten beenden wir diese Aufnahmesession eine sehr lange Aufnahmesession bis dann Tschüss Tschüss Bye